Hallo und herzlich willkommen zum bundesweiten Digitaltag live aus Berlin. In ganz Deutschland können die Menschen heute die Digitalisierung bei sich vor Ort entdecken, verstehen und gestalten. Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute Morgen so früh mit uns dabei seid und eingeschaltet habt und uns durch einen aktionsreichen Tag begleitet. Ich bin Kim Klebolde und ich führe euch heute gemeinsam mit meiner Kollegin Luisa Lamm durch den Livestream. Guten Morgen auch von mir aus Berlin. Nicht nur hier in der Hauptstadt, sondern in ganz Deutschland ist heute so viel geboten. Ihr könnt bei über 2000 Aktionen Digitalisierung erleben. Und zum ersten Mal haben wir auch ein Fokusthema mitgebracht, nämlich digitale Kompetenzen. So könnt ihr zum Beispiel bei digitalen Stadtrallys für Kinder und Jugendliche mitmachen, Coding-Workshops besuchen oder auch in Digitalcafés gehen für Einsteiger im Netz. Guckt einfach auf der Aktionslandkarte, findet Aktionen, die euch gefallen. Und an der Stelle schon mal ein Riesendankeschön an alle, die diesen Tag überhaupt ermöglichen. Das sind die ganzen Veranstalterinnen und Veranstalter. Vielen Dank, dass sie den Digitaltag mitgestalten. Und abseits von den Aktionen, die in allen 16 Bundesländern heute stattfinden, haben wir natürlich auch den ganztägigen Livestream, zu dem Sie und ihr heute eingeschaltet habt. Euch erwartet auch hier mit uns ganztägig ein buntes Programm. Wir starten gleich mit einer Live-Schalte in die Hansestadt Lübeck. Wir lassen Politikerinnen und Politiker aus Bund und aus den Ländern zu Wort kommen. Und wir tauschen uns natürlich, wie auch in den vergangenen Jahren, wieder mit Partnerinnen und Partnern aus der Initiative Digital für Alle aus. Genau. Und wer steckt dahinter? Das sind 28 Spitzenorganisationen aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Wohlfahrt, öffentliche Hand und Kultur. Mit einem gemeinsamen Ziel, nämlich digitale Teilhabe zu fördern. Das bedeutet, dass sich alle sicher und selbstbestimmt in der digitalen Welt zurechtfinden. Damit kommen alle noch nicht ganz so gut zurecht. Der Schlüssel dafür sind digitale Kompetenzen, unser Fokusthema. Wir haben aber gesehen, dass Menschen in Deutschland die nur als befriedigend einschätzen. Menschen geben sich nur eine Schulnote 3. Die Jüngeren zwischen 16 und 29 Jahren schneiden hier mit 2,5 etwas besser ab. Die Älteren über 65 stufen ihre digitalen Fähigkeiten allerdings nur als ausreichend ein. Und da können wir alle besser werden. Und genau deswegen haben wir das Fokusthema Digitale Kompetenzen in diesem Jahr gewählt. Und auch deswegen werden wir uns im Laufe des ganzen Tages zu diesem Thema austauschen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute auch passend dazu schon unseren ersten Gast hier bei uns im Livestream haben. Ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen Sven Lehmann. Er ist nicht nur Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, sondern auch Queer-Beauftragter der Bundesregierung. Und wir freuen uns sehr, dass Sie sehr kurzfristig heute Morgen einspringen dürfen. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Wir freuen uns auf Ihr Grußwort und auf Ihre Begrüßung zum vierten bundesweiten Digitaltag. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, liebe Frau Klebeute, liebe Frau Lamm und guten Morgen natürlich an Sie und euch, liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, liebe Engagierte. Tatsächlich habe ich die Ehre, kurzfristig Bundesministerin Lisa Paus hier zu vertreten, die zu wichtigen Terminen ins Plenum muss und freue mich aber ganz besonders, weil ich letztes Jahr schon hier war und deswegen auch mich freue, heute den Digitaltag mit zu eröffnen. Und ich sende ganz herzliche Grüße hier aus Berlin in die ganze Republik und tatsächlich ist das auch eine große Ehre, weil der Digitaltag wirklich eine ganz, ganz wichtige Chance für digitale Teilhabe ist. Entdecken, verstehen, gestalten, das ist ja das Motto in diesem Jahr und rund 2000 Mal stehen überall in unserem Land digitale Kompetenzen im Mittelpunkt. 2000 Chancen für Sie, liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, vom Kita-Kind bis zur Seniorin, denn digitale Teilhabe geht wirklich alle Menschen an und das sind Chancen, in eine neue Welt einzutauchen. Seien es virtuelle Realitäten oder digitale Ideen für Unternehmen, Chancen zu verstehen und zu lernen, sei es der Umgang mit dem Smartphone, mit künstlicher Intelligenz oder natürlich mit dem berühmten 3D-Drucker. Chancen, ihr Umfeld zu gestalten, sei es mit einem eigenen Podcast oder in einem selbst programmierten Spiel. Und dass die digitalen Kompetenzen in diesem Jahr im Mittelpunkt des Digitaltags stehen, freut mich ganz besonders, denn der digitale Wandel prägt natürlich inzwischen unser ganzes Leben jeden Tag. Wer teilhaben will in unserer Gesellschaft, braucht digitales Können, digitale Kompetenzen. Beim Einkaufen, beim Bahnfahren oder im Büro, beim Miteinander in Kontakt bleiben oder beim Online-Banking. Gleichzeitig bewerten die Menschen in Deutschland, das haben wir eben schon gehört, ihre eigene Digitalkompetenz im Durchschnitt nur mit einer Schulnote 3. Da ist tatsächlich Luft nach oben, bei mir persönlich auch, muss ich zugeben. Und als Gesellschaftsministerium hier auf Bundesebene wollen wir unterstützen, dass alle Menschen mitmachen können, dass alle profitieren, unabhängig davon, wie alt sie sind, wo sie aufgewachsen sind, welche finanziellen Mittel sie haben und auch welches Wissen. Und darum bin ich so froh, dass der Digitaltag mit seinen 2000 Chancen uns ein Stück voranbringt. Ich danke Ihnen allen, dass Sie diese Projekte auf die Beine gestellt haben. Und um digitale Chancen geht es ja auch beim Preis für digitales Miteinander. Die Ministerin war selber Mitglied in der Jury und das war eine wirklich, glaube ich, großartige Aufgabe. Sie hat dabei wunderbare Projekte kennengelernt und auch, glaube ich, noch mal viel im Hintergrund verstehen können, was Digitalisierung wirklich konkret bedeutet. Und nun gibt es unter eigentlich lauter Siegern gibt es zwei, ich sag mal, würdige Gewinner. Da ist zum Beispiel Musiklusion aus Tuttlingen. Das macht Musizieren barrierefrei und inklusiv. Menschen mit Einschränkungen nutzen digitale Technologien, um Instrumente zu spielen. Durch Augen und Handbewegungen entstehen Melodien, Rhythmen und Teilhabe. Und da ist Wir mit Dir, das Herz-Kasper-Online-Buddy-Programm. Hier unterstützen junge Menschen Gleichaltrige, die lange Zeit im Krankenhaus verbringen müssen. Und sie tragen damit Leichtigkeit und Freude in den Klinikalltag, analog und online. Und ich kann Ihnen verraten, diese Projekte waren auch zwei unserer größten Favoriten, denn sie zeigen wirklich auf beeindruckende Weise, wie digitale Technik Menschen nutzen kann. Ich sende ganz, ganz herzliche Glückwünsche an diese beiden Gewinner und danke gleichzeitig allen Projekten, die sich für den Preis für Digitales Miteinander beworben haben. Sie gestalten aktiv Gesellschaft mit und machen Gesellschaft besser. Und dazu sind wir alle eingeladen, denn Digitalisierung lebt vom Miteinander und vom Mitmachen. Beim Digitaltag warten, wie gesagt, rund 2000 Chancen auf Sie. Und ich freue mich, wenn viele von Ihnen dabei sind. Bestimmt finden Sie in Ihrer Nähe oder online ein Angebot, das Sie interessiert. Und deswegen wünsche ich nochmal Ihnen und uns allen einen wunderbaren Digitaltag und freue mich jetzt gleich total, dass wir nach Lübeck schalten, wo auch eine großartige Arbeit in dem Bereich geleistet wird. Danke nochmal, dass Sie und ihr hier seid. Vielen lieben Dank, Herr Lehmann, für die Eröffnung. Sie haben zwei Punkte schon angesprochen. Einmal unsere Preisträgerinnen und Preisträger. Die könnt ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute auch noch kennenlernen. Wir haben sie nämlich auch live dabei. Um 12 Uhr lohnt sich das Einschalten. Dann lernt ihr die Preisträger auch nochmal hier im Livestream kennen. Und Lübeck haben Sie ebenfalls schon angesprochen. Wir wollen nämlich natürlich mit Ihnen schauen, wie sieht der Digitaltag denn überhaupt wirklich da draußen aus? Was wird passieren? Und genau dazu schalten wir jetzt sehr gerne nach Lübeck. Uns ist zunächst der Bürgermeister Jan Lindenau zugeschaltet. Hallo und guten Morgen an Sie. Hallo, einen schönen guten Morgen aus Lübeck. Ja, schön, dass Sie heute dabei sind. Wir sind natürlich schon ganz neugierig. Was erwartet denn die Bürgerinnen und Bürger heute in Lübeck an Aktionen am Digitaltag? Ja, wir haben tatsächlich ein Bundesprogramm zusammengestellt mit über 40 Aktivitäten und Partnern, die mitmachen. Und es ist bei uns tatsächlich nicht nur ein Tag, sondern gleich zwei Tage neuerdings. Denn wir machen es sowohl heute am Freitag als auch morgen am Samstag. Auch das ist aus einem Beteiligungsformat heraus entstanden, wo Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, macht es auch am Samstag, da können auch Familien mit Kindern kommen. Vielen Dank, das klingt total spannend und ist natürlich für uns auch ein tolles Zeichen, dass Sie nicht nur den Freitag nutzen, sondern tatsächlich dann auch ins Wochenende gehen und eine Familienaktion rausmachen. Vielleicht haben wir noch mal die Möglichkeit von Ihnen so ein bisschen Einblicke zu gewinnen in die Vorbereitungsphase. Wir machen den Digitaltag ja jetzt zum vierten Mal. Wie lief das bei Ihnen ab und warum sind Sie auch jetzt wieder mit dabei? Also wir sind tatsächlich wieder mit dabei, weil wir mit dem ersten Mal der Beteiligung tatsächlich ein sehr positives Feedback hatten, nämlich an der Stelle auch Teilhabe zu ermöglichen und sichtbar zu machen, was alles im Bereich der Digitalisierung passiert. Wir arbeiten hier gemeinschaftlich mit vielen Akteuren zusammen und es werden jedes Jahr mehr, die Interesse haben, sowohl ihre Digitalprojekte zu präsentieren als auch zu Netzwerken, um an der Stelle aber auch Ideen aufzugreifen von den Menschen in der Stadt, auch von Gästen in der Stadt, die nun mal kurz da sind und ganz andere Eindrücke haben. Und da ermöglicht der Digitaltag eben viele Möglichkeiten. Und dadurch, dass wir nicht nur zentrale Veranstaltungen haben, zentral bei uns hier in der Stadtbibliothek in diesem Jahr, sondern auch dezentral in der ganzen Stadt, ist es quasi schon eine kleine Bewegung geworden. Und Bewegung sollte man nicht aufhalten, sondern sollte man befördern. Und das ist der Digitaltag genau das richtige Format. Sehr gut, das nehmen wir mit, auch als Ansporn für den fünfjährigen Digitaltag im nächsten Jahr. Bevor wir auch schauen, was es denn heute genau in der Stadtbibliothek zu sehen und zu erleben gibt, für Sie gerne die Möglichkeit, jetzt auch schon an den Bürgermeister Fragen zu stellen. Ja, hallo Herr Lindenau, viele Grüße nach Lübeck. Es ist wirklich großartig, was die Stadt leistet. Und Sie sind ja Smart City. Jetzt haben Sie gesagt, man soll eine Bewegung nicht aufhalten. Was können denn andere Städte und Gemeinden von Lübeck lernen, um sich wirklich dieser digitalen Bewegung und diesen Möglichkeiten anzuschließen? Also ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel ist, dass man zunächst mal sich nicht zu viel vornehmen darf, sondern möglichst gemeinsam mit Partnern überlegt, wo sind Schwerpunkte. Und das heißt in erster Linie die Menschen mit einzubeziehen. Das heißt auch über feste Strukturen das Ganze abzusichern. Wir haben beispielsweise in der Stadtverwaltung tatsächlich zentral organisiert, alle wichtigen Themen der digitalen Entwicklung auch organisatorisch zusammengebunden. Aber wir haben auch die Stadtgesellschaft eingebunden, beispielsweise mit dem sogenannten Energiecluster Digitales Lübeck, wo mittlerweile über 50 Mitglieder aus den unterschiedlichen Bereichen der Stadtgesellschaft Mitglied sind, sich einbringen mit Projekten, aber auch im Netzwerken oder aber eben auch die Einrichtung einer Medienwerkstatt, wo wir Menschen an digitale Möglichkeiten heranführen. Denn das, was vorhin gerade auch gesagt worden ist zu der Umfrage, wie schätzen sich die Menschen selbst ein, das ist eben ein Thema, das damit auch häufig angstverbunden ist. Kann ich das? Kann ich das nicht? Überfordert mich das? Und da wirklich alle mitzunehmen ist wichtig und deswegen zum Beispiel wie eine Medienwerkstatt, wo man testen kann, ausprobieren kann, Technik auch testen kann, bevor man sie möglicherweise selber anschafft. Also das aktive Mitmachen und Einbinden ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Schlüssel. Und dann zu sagen, Stück für Stück, ohne einen riesigen Masterplan zu haben, sondern erst mal zu sagen, wo sind die Bedarfe, wo sind die Lösungen, wie wollen wir sie zusammen umsetzen? Also den partizipativen Ansatz, ich glaube, das ist der Schlüssel, um erfolgreich zu sein, um auch alle mitzunehmen. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Das heißt, Sie haben dann sozusagen, um diesen partizipativen Ansatz zu gewährleisten und auch natürlich auch Menschen zu erreichen, die beispielsweise älter sind und vielleicht sich nicht so viel digitale Kompetenz zutrauen, arbeiten Sie auch intensiv dann zum Beispiel mit so etwas wie Seniorenbeirat oder Wohlfahrtsverbänden, Sozialorganisationen zusammen? Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen sagen, wie Sie genau dann über Strukturen auch Menschen erreichen, die vielleicht selber von sich sagen, ich bin gar nicht digital, ich kann das nicht, aber dann vielleicht die Chance haben, doch viel zu lernen. Ja, zum einen haben wir eingerichtet einen Digitalbeirat, der entsprechend besetzt ist aus Menschen der Stadtgesellschaft, aber auch von Fachvertretern der Hochschulen beispielsweise und anderen mehr, die die Stadtverwaltung auch im Umsetzungsprozess beraten. Dann, wie gesagt, der Verein, wo viele aktiv mitwirken, aber es geht natürlich auch darum, gerade die Menschen zu erreichen, die Sie genannt haben und da ist mir besonders wichtig, wir sprechen ganz häufig davon als Stadtverwaltung, dass wir die Bürgerinnen und Bürger erreichen wollen und ich sage ganz offen, eine Stadt besteht nicht nur aus Bürgerinnen und Bürgern. Eine Stadt wie Lübeck lebt auch von Gästen im Tourismus beispielsweise, die gar nicht gezielt in die Bürgerinnen und Bürger Zielgruppe gehören. Sie lebt aber natürlich auch von Menschen, die bei uns Zuflucht gesucht haben als Geflüchtete, die eigentlich gar nicht in die Kategorie zunächst mal Bürgerinnen und Bürger, sondern eher Menschen, die Zuflucht suchen, immer auch im Verwaltungsdeutsch kategorisiert werden und diese alle trotzdem mitzudenken, sie mitzunehmen und auch Ansätze zu schaffen, das haben wir gemacht mit einem sogenannten Projekt Social Smart City. Das heißt, wir haben eine Social Smart City Managerin entsprechend auch etabliert, die ganz gezielt hier Projekte steuert, Angebote für Senioren, aber eben auch für Flüchtlingseinrichtungen, aber eben auch für Menschen, die zu Gast sind in Lübeck, dass sie sich mit anderer Sprache gut zurechtfinden und gleichzeitig trotzdem digitale Angebote nutzen können. Also hier die Barrieren abzubauen und einfach zu sagen, wir schaffen Durchlässigkeit mit Digitalisierung in einer smarten Stadt und das wie gesagt über alle Menschen, die die Stadt besuchen, die vorübergehend hier sind oder die immer als Bürger da sind, also alle Menschen mitzunehmen, ist glaube ich das Stichwort und das gilt auch schon bei Verwaltungsdienstleistungen, weil wir eben auch da nicht nur mit Bürgerinnen und Bürgern, die in der Stadt leben und wohnen, zu tun haben, sondern auch mit vielen anderen Menschen und das zusammenzudenken, das ist sozusagen unser Ansatz von digitaler Teilhabe. Ja, Herr Lindner, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Fragen. Das klingt nach einem sehr, sehr beeindruckenden Programm, was Sie da wieder mal auf die Beine gestellt haben. Wir wünschen Ihnen natürlich schon jetzt einen guten Auftakt. Viel Spaß heute und morgen und drücken die Daumen, dass auch das Wetter mitspielt bei Ihnen. Und um jetzt nochmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und zu erfahren, wie denn diese Aktionen aussehen und wie das Ganze denn vor Ort gestaltet ist, freuen wir uns sehr, dass wir auch noch eine zweite Live-Schalte haben in die Nähe von Ihnen, Herr Lindenau. Wir schalten zu Maria Schittek. Sie koordiniert den Digitaltag vor Ort in der Stadtbibliothek und Frau Schittek, schön, dass Sie heute Morgen zugeschaltet sind. Wir sind ganz gespannt zu erfahren, was sich denn hinter dieser digitalen Messe verbirgt und wie Sie dort alle Fäden zusammenhalten. Guten Morgen aus Lübeck. Wir sind hier gerade in der Stadtbibliothek Lübeck. Eine zentrale Aktion von vielen im gesamten Stadtgebiet gibt es über 45 Aktionen, die heute kostenfrei sind. Und hier speziell ist heute für Besucher und Besucherinnen ein Bühnenprogramm aufgebaut zu drei Themen, Startup-Pitches werden auf der Bühne sein, es gibt eine Podiumsdiskussion zum Thema KI und Wissen im Wandel und auch das Thema Social Smart City wird hier auf der Bühne aufgegriffen. Sie hatten das selber gerade schon erwähnt, dass es hier eine große Digitalmesse noch geht. Besucher und Besucherinnen haben die Möglichkeit, sich an zahlreichen Ständen über Digitalisierung hier in der Hansestadt zu informieren, sich beraten zu lassen oder auch digitale Technologien auszudivieren, wie drei Bilddrucker, VR-Brillen, Sensorik und Robotik. Hier ist heute für die ganze Familie etwas aufgebaut. Das klingt nach einem super Programm, weil ja wirklich, wirklich für alle etwas dabei ist und man Digitalisierung ja auch wirklich anfassen kann. Also genauso soll der Digitaltag sein. Sie sind gerade noch im Aufbau, sozusagen die Ruhe vor dem Sturm, bevor hoffentlich ganz, ganz viele Besucherinnen und Besucher kommen. Auch hier die Möglichkeit, gerne nochmal Fragen an das Projekt zu stellen. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, was Sie da leisten. Mit wie vielen Menschen rechnen Sie denn heute und sind Sie diesem Ansturm, der jetzt kommt, gewappnet heute? Wir sind den Ansturm gewappnet, ja. Die Stadtbibliothek kostet fast viele Menschen. Jeder, der möchte, ist heute willkommen. Eine Zahl zu nennen ist sehr schwierig voraus, aber wir rechnen mit mehreren Hunderten Personen hier vor Ort. Dann glaube ich, können wir alle Ihnen nur viel Erfolg wünschen und hoffen, dass viele, viele Menschen jetzt zuschauen und nach Lübeck schauen und auch Lust haben, solche Projekte zu machen. Also es ist wirklich großartig, was Sie leisten. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch. Vielen lieben Dank. Vielleicht noch ein Highlight. Was würden Sie denn heute am liebsten oder haben Sie einen Tipp für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in die Stadtbibliothek? Was sollte man sich da nicht entgehen lassen? Ja, mein persönliches Highlight ist heute Roboter Pepper, der jegliche Fragen beantworten kann, egal welche, da er mittels Chat-GPT und weiterer KI programmiert wurde und ich glaube, da können wir viel Spaß heute mit haben. Wunderbar. Sie sehen hier lachende Gesichter im Studio. Wir sind, glaube ich, so ein bisschen neidisch, dass wir nicht selber mit ausprobieren dürfen. Aber vielen, vielen Dank an Sie, Frau Schittig, an Sie, Herr Lindenau, dass Sie uns Einblicke gewährt haben. Wir drücken Ihnen die Daumen für die über 45 Aktionen, die heute in der Hansestadt Lübeck anstehen. Einen ganz tollen Tag und wir sind schon sehr gespannt, Fotos und Impressionen im Laufe des Tages mitverfolgen zu dürfen und dann natürlich auch zu sehen, wie es Ihnen heute und morgen ergangen ist. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg. Danke. Genau. Und wir sind tatsächlich damit schon am Ende unserer Eröffnung angekommen. Das ging sehr fix, aber wir hoffen, dass wir euch zu Hause vor den Bildschirmen einen kleinen Einblick geben konnten, was die Idee des Digitaltags ist und wie das Ganze tatsächlich auch vor Ort gestaltet wird. Und wir möchten uns natürlich auch noch mal hier im Studio bei Herrn Lehmann bedanken. Vielen Dank für die Grußworte zum Digitaltag, für das neugierige Fragenstellen. Danke, dass Sie da waren und ja, hoffentlich auch heute einen guten Digitaltag haben werden. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und viel Freude. Das wird, glaube ich, richtig gut heute. Wunderbar, da sind wir sicher. Ja, und bevor wir weiter losgehen, starten natürlich jetzt direkt auch um neun Uhr schon einige Digitaltag-Aktionen im ganzen Bundesgebiet. Wir haben einen Blick auf unsere Karte geworfen. Luisa, was steht denn heute so an? Was erwartet uns in Deutschland? Wo soll man da anfangen bei den über 2000 Aktionen? Also schaut wirklich gerne selbst mal auf digitaltag.eu auf unserer Aktionslandkarte vorbei. Wir haben aber drei Tipps mitgebracht. Und zwar die Stadt Amberg in Bayern. Wenn ihr dort also seid, schaut gerne mal vorbei. Entlang der Rathausstraße ist hier eine Infomeile aufgebaut mit ganz vielen Ständen, wo ihr auch selbst mitmachen könnt. Vielleicht ähnlich wie in Lübeck. Also da ist viel geboten. Schaut einfach mal vorbei. Auch hier bei uns in Berlin ist einiges los. Dort startet jetzt im Jobcenter Pankow eine Aktion. Bis zum Mittag könnt ihr dort hingehen und mit VR-Brillen die Zukunft der Arbeitswelt ausprobieren, mal in neue Berufe schlüpfen und einfach mal gucken, wie man sich da auch mit neuen Technologien weiterbilden kann. Und für alle, die sich jetzt online zuschalten möchten, hat der Landkreis Regensburg etwas im Angebot. Hier berichten nämlich zwei Startups, wie man die Digitalisierung auch im ländlichen Raum voranbringen und wie das mit der Digitalisierung im ländlichen Raum gut gelingen kann. Ja, Herr Lehmann hat es gerade schon gesagt. Das wird gut, das wird sicher ein klasse Tag. Und wir freuen uns, wenn ihr ihn nicht nur hier bei uns im Livestream begleitet, sondern auch im Netz dazu Fotos, Videos und Impressionen teilt. Macht das sehr gerne unter dem Hashtag DigitalTag. Ihr findet bei uns auf der Website digitaltag.eu auch eine Social Wall. Das heißt, ihr könnt auch sehen, was sonst so im gesamten Bundesgebiet heute zum Digitaltag auf die Beine gestellt wird. Also macht gerne mit bei Twitter und Co. Wir freuen uns, wenn ihr das Ganze begleitet. Und bevor wir einen Ausblick geben, wie es hier bei uns im Livestream weitergeht, möchten wir uns natürlich an dieser Stelle vor allem auch schon einmal bei all den Partnerinnen und Partnern bedanken, ohne die das Ganze nicht möglich wäre. Wir freuen uns sehr, dass ihr erneut wieder als Förderer des Digitaltags mit dabei sind. Die Deutsche Telekom, Vodafone und SAP. Denn ohne Förderer in der Hinterhand wäre so ein Aktionstag nicht möglich. Genau. Und damit der Digitaltag auch ganz viele Menschen da draußen in Deutschland erreicht, braucht es auch starke Medienpartner. Da haben wir fünf Stück. Und das ist nämlich Wall, die FAZ, Heise Medien, Prisma und Table Media. Ganz vielen Dank. Genau. Und wir scheinen tatsächlich auch über die deutschen Grenzen zu wirken, was uns sehr freut, denn der Gast unserer ersten Videobotschaft im Livestream ist heute in Japan, sendet Grüße aus Japan. Das ist Bundesminister Dr. Volker Wissing aus dem Ministerium für Digitalisierung und Verkehr. Wir sind sehr gespannt, was er zum Digitaltag zu sehen und zu sagen hat. Und wir sind dann hier im Livestream um 9.15 Uhr wieder zurück und haben den ersten Gast aus unserem Partnernetzwerk, den Präsidenten des deutschen Städtetags. Bis dahin, liebe Grüße und viel Spaß. Bis gleich.